Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sagt die Bibel. Wie die Arbeiter hier behandelt werden, das ist Unrecht. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sag es, wie es ist. Antworte! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Komm her. Mr. Apsey. Komm her, hab ich gesagt. Vor einigen Tagen war ich noch bei meiner Familie. In meinem Haus soll das alles verloren sein. Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Ich dachte, du hast Ahnung davon. Ich habe ihre Anweisungen befolgt. Wenn etwas falsch ist, waren die Anweisungen falsch. Der Master hält dich als Arbeitskraft. Widerworte bringen dir hundert Schläge ein. Ich weiß, wie es ist, der Willkür des Masters ausgesetzt zu sein. Es wird der Tag kommen. Da wird Gott über ihn richten. Ich werde überleben. Ich werde nicht verzweifeln. Und voller Mut bleiben, bis ich wieder in Freiheit bin. Ich war ein freier Mann. Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sklave.